Steig mit ein, sei dabei, wenn wir Cruisen fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind Verrückte und tun Dinge, die sonst keiner tut. Das ist unsere Tuning-Szene. Wir haben Benzin im Blut. So, einmal dampfen. Jetzt schmeckt ein bisschen wie man von so verbrannt. Das ist cool. Die gleiche Hupe sogar, ich glaube nicht. Brauche ich gar nicht mehr hupen, ja. Die DJs sind wieder da, die Protos sind auch wieder da. In dem Sinne, Party People, go! In the mix. Wir fahren hier, ich weiß gar nicht. Irgendwieder, boah, du Scheiße, irgendein Stunt-Rennen. In Laila. Laila macht Gaila. Ja, ich lieg schon auf der. War mir so kacke. Au! Wie kommt die Kurve hier? Ja, fahren wir erst mal. Hier gibt es wieder zwei Wege. Ich nehme mal den rechten. Zwei Bahnen hat er wieder hier. In, 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 äh... Wir fehlen gerade die Worte. Warum auch immer. Wow, was ist das denn? Hey! Alter, rechts, links eine Rampe. Mitte eine Rampe. Das ist ja geil. Mehrere Wege. Hey, ich mache Abluft. Tschüss. Ja. Bruder, was los mit dir, ey? Mal fahren. Alter, wohin? Scheiße! Brems! Wo war's das denn, ey? Da war ich jetzt gar nicht drauf gefasst. Ja, ich weiß ja gar nicht welche Bahn du fährst. Wie soll ich denn warten? Was war das? Was treibst du ja wieder? So, hier. Hier ist glaube ich egal. Hier geht. Mal gucken. Ne, ich mache schon wieder Abluft. Schon wieder? Was treibst du denn? Kannst du nicht mehr fahren? Oder was? Ich habe gerade rutscht wie sauer. Roto in Rutsch. Und Butch. Da bin ich auch mal angefahren. Ich glaube, ich lasse ihn mal vor. Ja. In dem Mix. Ich finde es doch gut, die Dinger. Ich finde die Scheiße. Boah! Jetzt rutschen meine auch. Ich glaube dann nicht am zweiten Platz. Lass mich wieder vor, Alter. Wow! Loch! Ich bin das Auto nicht gefahren. Ich bin das Auto nicht gefahren. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Jetzt auf einmal gibt es da Gummi wie Arsch. Weißt du? Äh, wie... Wie heißt die da? Ne, wie Sau. Nicht wie Arsch. Boah, Alter. Der war geil. Loch, das Rennen wird wieder geil. In der Röhren-Style. Ha, ha, ha. Wow! Fuck! Aber richtig scheiße hier. Boah, was geht das hier? Wow! Alter! Ha, 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 ha! Was war das denn? Oh, Palmen! Oh, oh! Heilschweiber! In der Mix! Ha, ha! Ah, ha! Ah, ja! Digger, Kollege! Du hast die Kurve! Nee, ey! Hä? Hä? Ich kriege gerade eine Einladung von Call of Duty. Wollt ihr mich verarschen? Ist was das denn? Hä? Ist klar, ich bin so schön in Führung. Er rammelt mich weg hier. Unglaublich. Es bleibt aber gut hier. Rechts, links. Weißt du, über mich haben sie gemeckert immer. Machen die so viele Kurven. Was machst du da hinten? Ja, äh, geht nix halt an mir aus. Fahr! Oh, Alter! Oh, Scheiße! Da hab ich nicht lang. Ja, irgendwie. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, ey. Oh, nee. Lass doch nicht los. Oh, Alter! Oh, Alter! In der Mix! Wow! Ja, was, was, was los hier? Was? Komm schon wieder, ich komm schon wieder! Weg da! Wow! Rimm frei! 102! Wow! Dein Protoch in den Luft nicht hier! Wir sind in die Flugg. Schalalalalala. Kommt der mal einen anderen Huub, dann weiß er gar nicht wer er新ellt. Gerade. E-K-A-M-A-L-E-N-G! Wuhu! Wow! Scheiße! So ein Rotz, ey! So, diesmal fahren wir links. Rechts, Schuka haben wir gerade gemacht. Wir fahren auch an links. Naja, wir fahren rechts. Jetzt nehmen wir mal die Mitte. Wuhu, der war auch knapp. Hier ist noch mal die Mitte. Ja, ist klar. Aber, was so schön ist, machen wir doch! Juhu! Jo, passt! Wunderbar! Lalalalalalalala! Diesmal bremst ihr aber! Ich wär ihr eben vorhin fast von Baden flogen! Ja, da bin ich immerhin geflogen. Alter, h service ich echt scheinde und ich. wuiwui! Hui we, ich hab ihn. Ui! Ist doch nicht möglich hier! Ich mach ihm wieder alles nach hier. Jetzt kommt wieder diese Superröhre hier, oder? Ja, klar. 60 vollen Meter dann vorbei. Nee, das ist voll geil. Das ist sowas von voll geil. Komm wieder! Nee, das ist diese verkorkste Röhre hier, wo ich nicht weiß, wo lang. Boah, da ist ja! Alter, das ist so eine geile, mega geile Standröhre. Wohin? Woh-ho-ho-ho-ho! Woh-ho-ho-ho! Ja! Jaaaa! Ich hab gerade! Wechseljahre wieder! Hehehehe! 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 Oh! Oh! Wohin? Was war das denn? Was war das denn? Noch jemand ausgerutscht! Hehehehe! 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 Und wir fahren durch die Röhre! Hier war so noch ne Standkamera! Hehehehe! 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 Oh, cool! Ich hab die... Ich hab mal die Standkamera aktiviert! Jo! Schöne Standkamera! Hehehehe! Das war scheiße. Ja. Ne? So, Proto geht jetzt feiern und ich gehe eiern. Ja, rum eiern hier. Schönen gemütlichen Abend machen. Ja. Nach dem... Mal gucken, wann das kommt. Also heute kam das 50. Abonnenten-Special-Gewinnspiel. Jetzt mal gucken, wann das Video rauskommt. Bin ja mal gespannt. In diesem Sinne... Seid ihr mitgezwangst? In meinem Spruch klartной Intro sí. Ja. Chie-chiep Prototyp. Ja. Haut rein. Tchau. Jalilu.